hallo und herzlich willkommen hier in der Kategorie von Thüringen Version 3.0 ich werde jetzt den Traktor mit dem Saatgut und Dünger Richtung Feldnummer 920 fahren lassen jetzt weiter mit den Sehmaschinen hier mit für Weizen für Feldnummer 940 oder 48 legt mich jetzt noch nicht fest und die anderen Felder überlege ich mir noch so vollgetankt habe ich hier nun und ich muss noch kurz reparieren hat der vorne Gewicht nein das bietet sich an das könnte das Rote nehmen oder schwarze Träger heute ist normalerweise nicht für aber ich mach das mal so ne und das bieten wir auch waschen tun wir jetzt nicht das bringt jetzt nix ein lackieren tun wir nächstes Jahr im Frühling eines glaube ich wie ich wieder angezeigt ne beziehungsweise ich muss ja dazu so ein bisschen Platz träumen 2.400 das wäre ein bisschen heftig das wäre was für die verdichten von Silage so der Rote reicht und der Rote das Rote das Rote Gewicht so wie schwer war das? 700 das reicht normalerweise wenn das Gewichtverteilung gut ist dann ist es nicht notwendig aber war das schon normal ne? so den schicken wir da haben wir keinen Punkt, können wir gleich machen ne? von der Straße weg wenn da ein Kurs überhaupt ist ne? ja ich glaub schon dass wir da mal ein bisschen so schicken können das macht sich auch ganz gut in der Zukunft wenn wir mal irgendeine Düngung Emission haben dass wir da mal irgendwann mal ein paar Felder so anschließen ne? aber das würde ich eher offline machen da hat das sehr viel Arbeit aber das kann ich aber auch machen theoretisch wenn mir jetzt hier mal die ganze Aussage läuft ne? dann kann man es ja auch ein bisschen machen man kann ja auch paar Missionen mitnehmen theoretisch Düngen und so das ist ja alles mitzunehmen ne? aber mal schauen so wir schaffen Pferdegas ist für Silo für BGH gedacht jetzt ne? also da kann ich jetzt auch nicht genau sagen wie viele reinkommen ne? ob wir das einmal ernten könnten oder zweimal ernten können das weiß ich nicht auch wenn wir es nur einmal könnten da muss ich nur zugemacht werden ne? Kilometer wird nix bringen glaube ich toll da wird ja irgendwann ein Silage egal wann das denn ist ne? das ist dann nebensächlich also da muss ich da schon ein Silo reingeben ob es in diesem Silo aufgeht das weiß ich jetzt nicht also da muss ich jetzt äh ob es da irgendwann häckselt gut das kann natürlich sein ne? der normale Slage ist ne? aber wir müssen halt die Silos setzen die dazugekommen sind da würde ich mal kurz mal reingucken beim 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 es wundervoll Silos dazugegeben als äh als Mod als Empfehlung kann man sagen äh das ist verkehrt es wird da wahrscheinlich mh Silo ja das ist ja Durchfahr-Silo Mod äh Gras. Gras. Das ist Gülle. Das ist auch nur Gras. Weiß ich nicht genau, was das nur ist. Ja, da bin ich jetzt befragt. Das sind ja die Silos, die dabei waren. Ach so, das ist für Biogas. Ach so, okay. Das ist Original. Wo habe ich die anderen Mods? Hall, Dekoration, Farmhaus. Wir schauen mal ganz blöd rein. Ich habe hier von Fat Action drin, werde ich es auch nicht nutzen können. Na, heute wird es schon gehen, wenn man es wollte schon. Alle anderen unwahrscheinlich. Frameter Seelie auch. Hier ist das hier mit dem... Na, hier ist das nicht dabei. Ich habe hier die Silos, die dazu bekommen, seine Dekoration vielleicht. Man muss ja mal, ne? Man soll ja nichts ausschließen. So, da ist auch nichts. Hallen. Hallen mit Unsicher, aber... Das ist ja hier mit den Strootorn, ne? Auch mal interessant. Die Erhaltung. Da vielleicht. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Wo habe ich die? Was wäre das? Da müsst ihr mal gucken. Wo das sein könnte. Da muss ich noch mal schauen, wie die aussehen. Wie sie heißen. Oder es sind diese Mods, die man braucht, um das hier die Mods, die Nähluftlager sind, die auf der Karte sind. Das könnte auch sein. Also... Ich schließe mal nicht aus. Da muss ich aber mal gucken, wenn ich offline bin. Da muss ich mal vorher gucken, im Mod-Ordner, wie es aussieht. Als Foto. So. Hier könnte auch eine Maschine reichen, theoretisch. Reicht auch. Ich werde einfach diese Felder mal... Wieso hat er jetzt durchdrehende Reifen? Hier ist mal Raps gewesen, ja? Na, das ist typisch. Die Fliegerangriff, ne? Ah, gut. Da müsste ich mal kurz umlassen. Und X hochklappen lassen. Ja, weil der noch nicht die Runde gefahren ist, Junge. Die Abstände sind gut, aber wenn es zu weit ist, dann ist scheiße. Entschuldigung. Wieder aufklappen. Ein bisschen fahren. Und der fällt auf die Runde, ne? Und... Ich weiß jetzt nicht genau, wie er gefahren ist. Der ist da gefahren. Ja, da muss man hier schauen. Ich muss mal ganz kurz den anzeigen lassen. Der kam von da. Können wir ganz blöd mal hier wieder anstellen. Wahnsinn. Gebrauch schon über... Ja. Hälfte ist wohl jetzt prima. Weil ich weiter will helfte. So. Oh, nicht erst nicht von. Hahaha. Ich hab keine Wolle. Ich hab gar nicht gehauen. 좋아. Oh, nicht mehr. Wie die Wolle. but sind riesig Nextig gegen die Wolle. Was ist sicher. Die runde ist jetzt eigentlich scheiße, Ohh, ich hab dats ein wenig. beziehungsweise normalerweise klack verband immer ganz gut das kann auch sein dass die felder etwas von der form umgültig sind ja wo der wieder arbeit wird muss man schauen sonst haben wir da boppelte arbeit machen ist ja auch nicht ideal oder ersten wegpunkt das kann doch nicht sein du warst der linke also der erste ja der eine war einfach noch zu weit entfernt weg dadurch kam dass der linke der hier w runter verkehrt hier muss man oben fahren da muss ich Gas geben wirklich Gas geben dann wird der andere mit dem hinten her warten gleich ok gleich mal die die flüge müssen aufgetankt werden gut links hast mich überzeugt ja logisch aber der Sprit wird reichen von ihm so war ich stehen geblieben hast du nächstes Traktor für das nächste Feld so dass wir hier wo Raps drin war der ist gleich fertig Raps war es noch 48 gewesen kein Mais Harfe auf der 41 42 was war da das sieht aus nach Soja glaube ich Weidegas was was könnte das sein Trikale ja noch schlecht 47 was war da drin das kann man nur da gut erkennen ja die erste also wir werden überhaupt keine äh groß so den im Ausdruck fahren erstmal V rausholen ne nacharbeiten da war ich gegengeblieben genau jetzt machen wir gleich weiter wie gesagt da wo jetzt Kalkschrei fertig ist da wird man ja den anderen starten mit äh mit Gerste und den Restpunkt sehen ungünstig das hier jetzt total wird aber gehen müssen ne weil da kommt es mich nur noch in Frage im Grunde normal noch machen ne das wäre dann Option Klee oder sowas guck mal rein hier Pferdegras Village dann 100 ne das wäre dann ganz gut ne das haben wir hinten alles das haben wir hinten alles Silo Clay ach Gott ne Mais geht nicht ach so auf Skihand ach voll Kalkstein das ist ja eine andere Sorte das ist ja pro Produktion Weizen Weizen Gras, Gülle, Mist, Flau, Appelsaft, Wein Luzerne Luzerne Gras Silage könnte man theoretisch Gras aus planten aber nicht überall das ist ja auch blödsinn ne Klee Reu Klee Reu Klee Silage dann könnten wir auch die Felder bisschen Klee rausbringen also also rein theoretisch Dario ist überall doch ich weiß auch nicht ob die Silos dann annehmen das hat nichts Problem ne gut da kann man ja Ballen fressen Ballen fressen müsste ja eigentlich funktionieren aber aber nichts ist sicher ne haha gut da mit dir ja ist halt so ne oder erstes fertig ach so der Kalker gut das machen wir jetzt nicht mehr das erinnert die Folge was zum Ende ein paar Minuten dann können wir gleich mal die Ecke noch hier fertig machen dann können wir die 1-2 Punkte hier können wir mal schauen ne da ist alles ok V X machen wir wieder nach Fahrt alles ne ab Zeug zum Hof der muss zumindest repariert werden Faktor nicht Flut und Gewicht äh Gewicht in Frage weiß auch nicht ob er kaputt gehen kann oder nicht Gewicht gut er kommt 47 hat er auch nicht unbedingt aber jedenfalls wenn wir jetzt in einigen Fällen jetzt noch Klee einbringen ja wir fliegen ah ja da werden wir stehen oder 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 einmal fliegen können wir schon meine Sorge ist nur dass wir irgendwann mal überall fliegen müssen so V ne V geht nicht X x ausklappen x ausklappen jetzt klappen wir aus dann können wir senken so schnell noch mal die Ecke machen aber wie ich glaube das soll es heute auch schon gewesen sein ich wünsche mir allen schönen Restauranttag ich habe das früher vergessen in der Folge aber wenn er noch mal dabei ist tschüss tschüss mit dem Restauranttag oh Tschüss tschüss wo gehts hier weiter mit der Aussaat Pferdegraß und .... Klee wenn er hat ich bis dahin vergessen habe tschüss tschüss tschüss